Die Weckrauke WCHST, wie der Name schon sagt, an Weghundern und als Unkraut in Feldern und Gärten. Sie ist eine von diesen gelbblenden Kreuzbüttlern, bei denen man auf den ersten Blick gar nicht weiß, welche es nun ist. Erst bei genauerer Betrachtung kann man die Weckrauke identifizieren. Als Heilpflanze ist die Weckrauke heutzutage nahezu unbekannt. Hier wurde sie in der Volksheilkunde jedoch gerne verwendet. Das Kraut der Weckrauke kann man gegen Kehlkopfentzendung verwenden. Man kann die jungen Beereelter und die Samen auch als Kuckengewitz einsetzen. Heilwirkung Belebend, blutstillend, hantreibend, Schleumelabsatzzeichen sind, Bronchitis, Husten, Kehlkopfentzendung, Stemmbanentzendung, Magenschke, Verstopfung, Skorbut, Herzschke, wissenschaftlich ernähmt. Sesembryum offizionale Pflanzenfamilie Kreuzbüttler, Brassica C Englischer Name Hedgemastard Volksmilchnamen Raugensenf Verwendete Pflanzenteile Kraut Inhaltsstoffe Erbsurre, Vitamin C Sammelzeit Juni bis September T T Einen Tee aus der Wegrauke sollte man mit dem frischen Kraut zubereiten, denn getrocknet sind die wirksamen Inhaltsstoffe nahezu verschwunden. Man bergießt zwei Tee-Absatzzeichen-Fehl des Wegrauken-Krautes mit kochendem Wasser und der SST den Tee-FNF-Minuten ziehen. Essener Kraut Hier wurde die Wegrauke viel von Essengern verwendet, die ihre Stimme verloren hatten. Die Wegrauke soll helfen, Stemmbannentzündungen zu lindern. Atemwege Man kann die Wegrauke gegen Husten und andere Erkrankungen der Atemwege einsetzen. Die Wegrauke L-Absatzzeichen-ST den Schleim und erleichtert die Atmung. Kücke Die jungen Triebe kann man als Gewitz in Salaten und Gämse verwenden. Den Samen der Wegrauke kann man auch als Gewitz verwenden. Er hat ein nütziges senfartiges Aroma. Getrocknet kann man ihn pulverisieren und wie Senfpulver verwenden. Pflanzenbeschreibung Die Wegrauke ist in Europa heimisch und kommt hauferig vor. Die einriege Pflanze WCHST bevorzugt auf einen stoffreichen B-Absatzzeichen denn an warmen Stellen. Man findet sie an Wegen, als Garten und Kraut, auf Schutt, Themen und an Ufern. Die Wegrauke wird 30 bis 60 cm hoch. In Bodenhe WCHST eine B-Elter-Rosette mit vielerteilig gelappten B-Eltern. Weiter oben werden die B-Elter schmaler und kleiner. An den anderen sind die B-Elter GSGT. Abmalen die kleinen, gelben Blüten an den verzweigten Stängeln. Die Blüten haben vier Blütenblüter und werden etwa 3 mm groß. Aus den Blüten entwickeln sich schmale Schoten, die eng am Stängel stehen. Die Blüten